Peter Zwegerts Tod sorge für große Anteilnahme. Der Raus aus den Schulden starb bereits am 9. August plötzlich und unerwartet. Dass die Nachricht nun öffentlich wurde, geschah offenbar gegen den Willen seiner Ehefrau Liane Scholze. Peter Zwegert. Herzzerreißende Worte von Witwe Liane Scholze. Am 30. September gab RTL über einen Nachruf die traurige Nachricht über den Tod von Peter Zwegert bekannt, der als Schuldnerberater in der Sendung Raus aus den Schulden bekannt geworden war. In der Mitteilung hieß es, er sei bereits am 9. August im Alter von 74 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Auch die Beisetzung fand bereits statt. Neben der großen Anteilnahme fragten sich viele Fans aber vor allem auch eines, warum wurde der Tod des Finanzexperten erst jetzt öffentlich? Peter Zwegerts Witwe Liane Scholze äußerte sich jetzt gegenüber Bild erstmals zum Tod ihres Mannes und den Gründen dafür, dass dieser nun öffentlich wurde. Gegen seinen Willen wollte jemand den Tod des Raus aus den Schuldenstars öffentlich machen, so soll sie in einem Schreiben geschildert haben, mein Mann hat sein Privatleben sehr geschätzt. Leider war es daher nicht in seinem Sinne, dass jemand aus seinem Umfeld die Arbeit über die privaten Interessen meines Mannes, über seinen Tod hinaus, gestellt hat. Laut der Zeitung scheint es, als habe jemand aus Peter Zwegerts Umfeld die Nachricht über dessen Tod gegen den Willen von Ehefrau Liane Scholze öffentlich machen wollen, weshalb sie die Informationen schließlich selbst an Zwegerts Haussender RTL gab. Sie erklärt weiter. Damit wurde ich in Zuckzwang gesetzt, dies nun selbst öffentlich bekannt zu geben. Und da es für mich plötzlich und völlig unerwartet kam, habe ich es noch nicht verarbeitet. Mit der Veröffentlichung am Montag und den zahlreichen Reaktionen ist Peter heute ein zweites Mal gestorben. Liane Scholze war es, die bis zuletzt an Peter Zwegerts Seite war. Die beiden hatten sich 1991 kennengelernt, ein paar wurde aus ihnen aber erst Anfang der 2000er Jahre, als die erste Ehe des Raus aus den Schuldenstars gescheitert war. 2011 gaben er und Liane sich auf Sansebar das Jahr Wort.